Das bringt mich gerade auf den Gedanken, dass ich vielleicht mal den Hundi-Bär aufsuchen sollte. Na gut, dazu muss es erst mal Nacht werden, ne? Ein Verkäufer für Fell kann ich ja noch nicht aufsuchen. Leider. Äh, so, was machen wir dann? Hm, 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 hm. War der hier? Ne. Der war... Oh, ich finde das Geld hier. Da spawnt tatsächlich einer. Muss mir entgangen sein. War das hier die Farm? Ne, das ist fertig. Wo ist das Finster hier? Könnte daran liegen, dass es Nacht ist. Hm. Hm. Okay. Oh, sie sehen ziemlich stark. Nein, tun sie nicht. Okay, tun sie doch. Suche sie maßen. Wie sehr. Als ich habe es, ist mir draußen. Was ist das? Was ist das? so die kiste Wo soll ich gehen? Hey! Auf Ihren Garten, alle! Das wird nicht einfach. Dieses Etat ist wirklich effektiv! Alter! Booth! Das ist gefährlich! Wie tief wurde die Angriffskraft gesenkt? Puh, da habe ich einen Schweig gebrochen. Wo gehen wir dann? Ah, mein Skype spackt schon wieder rum Abgold, Goldensfeld und Klotha Okay, was soll ich machen? Ich habe die Rechte zu benutzen Icebomb Icebomb Das sollte das sein Plopta Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, also du erinnerst du deine Zeit? Wie alt? Das ist nicht die richtige Sprache für ein Buch, aber ich habe 500 Jahre vorgestellt 500 Jahre? Wow, Plopta, du bist echt alt! Ich bin 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 alt! Ich werde mit dem Anfangen Alright, ich werde es jetzt enden. Jetzt! Ist das okay? Ist das okay? Okay, es ist enden! Welches Material sollte ich benutzen? Das können wir bisher noch nicht brauchen. Das kann ich natürlich brauchen. Okay, okay then. Let's start! Das ist natürlich echt witzig wird. Drei die hochgehen, zwei die links gehen. Ich muss sie gleich so setzen. Oh, right! This is going well! Yeah, this is going great! Oh, right! This is going well! Okay, it's time to finish. What trick? How's this? Nein! How's this? Love, love! I don't know what to do! Hey, Plakta! There's something I thought of when you told me about the Cauldron of Knowledge. What could that be? If I got a new Alchemy Cauldron, would I be able to make better- Yes, I- Really? Then maybe I'll try making a better Cauldron! I know how. Would you like to try- You do? Yeah! Very well. What kind of stuff should I make? Which material should I choose? Yes, I'm not very well. Because of something dumb. Which material should I choose? Also here, Grimbo. Will this go well? Okay, I'll try it. I've decided this material goes here. Oh! This looks kind of amazing! Oh, right! This looks gre- Oh! This looks kind of amazing! Will this go well? Yeah! I'll finish it! What points should I transfer? Oh! Daddy! Level up! Hmm... Who could that be? Sometimes I feel like the half of the game is on cutscenes. Excuse me. Is this the Alca- Yes! That's right! Oh, wait. You're- You're the guy who saved me! Oh, you're the girl from before. What a coincidence. That reminds me, I hadn't told you my name. I am Julia. A knight of Adelaide. Sir Julio! Um... My name's Sophie. Sophie. That's a fine name. Thank you. But you said you came from Adelaide? That's a neighboring country. Must have been a hard journey. It was no trouble at all. I'm actually conducting an investigation on Alchemy. Visiting Alchemists in various regions. I heard that there was an elderly Alchemist living in this town. And I came to speak with them. Oh! I think you're referring to my grandma. Oh, I see. Is your grandmother home now? I'm very sorry Sir Julio. My grandma actually already... Oh, I didn't know... I'm quite sorry. I'm sure my asking was unpleasant. No, it's okay. I'm sorry you came all this way for nothing. No, that's nothing for you to apologize for. But this is quite a problem. Es scheint die Alchemy, die deine Großmutter benutzt, war closest zu dem, was ich benötige. Alchemy benutzt bestimmte Materialien als Basis, um zu kreieren komplett unterschiedliche Dinge zu tun. Sieht so, dass ein Kandidat in fronte ist, dass du in fronte bist. Hey, Plopta! Du hast ihn schockt, nicht einfach zu sprechen, aus woher. Ein Buch zu sprechen? Ich würde nicht mehr von der Atelier von einem Alchemist erwarten. Um, du bist nicht so... Ich bin überrascht, aber ich habe ziemlich viel von der mysteriösten Kraft der Alchemy bis jetzt. Aber ein Kandidat? Sophie, bist du auch ein Alchemist? Oh, ja, aber ich bin immer eine Experte, also ich weiß, ob ich dir helfen kann. Es ist wahr, dass die Sofie noch weiterentwickelt sind, aber ich glaube, dass ihr Potenzial ist großartig. Genau. Wenn die Sofie weiterentwickelt wird, dann wird sie viel mehr zufrieden, als wenn sie mit einem Alchemist zu gehen, zu sprechen. Vielleicht gab es eine gewisse Gäupte in unserem Gespräch. Das ist vielleicht wert, dass sie sich auf. Sofie, ich möchte auf deinem Potenzial an, und deinem Entwicklung in einem großen Alchemist. Bis zum nächsten Mal, ich würde dir helfen. Die Alchemisten müssen in die gefährliche Bereiche gehen, um die Materialien zu holen, richtig? Der Kampf ist ungefähr das einzige, was ich kann. Ich würde dich behaupten. Ja, natürlich! Das würde mir so viel helfen. Das ist gut. In diesem Fall, ich werde bleiben in dieser Stadt bleiben. Der große Alchemist, hm? Ich wundere mich, ob ich einen Alchemist sein kann, der ihm helfen kann. Ich habe dir gesagt, du hast das Potenzial, Sophie. Es kommt alles an deinen Effort. Ich bin immer hart gespannt, wer sich in Spaß auf YouTube noch reinzieht. Okay, jetzt in den Videos, die ich da hole, dann sowieso nicht geguckt, außer der Yu-Gi-Oh!-Stuff. Naja... Für die, die sich das anschauen... Like, Subscribe, Command... Den Spaß kennt man ja. Und ich will meinen Teilwerden-Steam jetzt hier beenden. Zwei Stunden sollt ihr erreichen. Das sind sechs bis acht Tage, die ich vorgesorgt habe. Dann würde ich mal sagen, hauen sie rein. Und man sieht sich im nächsten Stream. Das sind drei Stunden, die wir sehen können. Eincemos mit dem Einhörgerinnen und Einhörgerinnen. Untertitelung des ZDF, 2020